Hallo und herzlich willkommen hier im LS22 im Single-Playing auf der Elbtown. Ja, wir laden gerade hier das dritte Mal Wasser. Wir hatten hier gestern so eine Kurzanbindung noch hier oben eingefügt, die hätten wir vielleicht sogar gar nicht gebraucht, denn wenn er hier von der Wasserstelle kommt, dann liegt er hier vorne, er kommt aus einer anderen Richtung, dann fährt er nicht bis raus auf die Straße. Wir lassen jetzt das Stück drin, das ist nicht weiter schlimm. Ich denke mal, das macht nichts. Ja, 18.03 Uhr ist er mittlerweile angekommen. Hier wird jetzt noch mal eine Ladung Wasser für die Tomaten geliefert, sodass die Gewächshause hier oben alle eine Ladung haben. Er kann dann hier noch weiterfahren. Er muss noch ein paar Ladungen herbringen. Wir werden dann die Nacht überspringen, sobald das Wasser drin ist im Tomatengewächshaus. Ja, Molkerei Milch ist schon leer. Das ist so, das werden wir am nächsten Tag erfüllen. Genauso Mineraldünger wird unsere Gülle alle sein. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon mehr Gülle dann... Beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, fast ein Fass voll. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon, ja, 23.000, weiß ich mal mehr Damm kriegen. Müssen wir gucken. 696.000 Litern Mischration ist drin. Im Kuhstall, der ist noch nicht voll. Aber trotzdem sind unsere Tiere gesund. Wir werden sicherlich auch noch fast den ganzen Tag ohne Nachschub auskommen müssen. Wo die Tomaten gehen langsam raus, dort unten bei Fritzi. Sägewerk taucht wieder auf mit Holz. Ist klar, ne? Ne, weil, äh, diese Lage wird einfach noch nicht fertig sein, ne? Oder wird die nächsten Ingame-Tag fertig? Wir können noch mal runtergucken ans Lager und lagern wir mal einen Ballen aus. Aber ich glaube... Achso, wir hatten jetzt gesehen, vielleicht wird er verpennt hier, ne? Dass wir hier gerade ausgefahren sind, ne? Hier machen wir erstmal das Streckennetz aus. So, da kriegt der Letzte auch noch Wasser. Ähm... Den Zustand sieht man ja leider so nicht, ne? Oder? Sieht man das hier am Globalmarkt? Ähm... Ne, wenn, dann ist es ja noch Gras, ne? Gut. Wir lagern einfach mal hier einen Rundballen Gras aus. Dann können wir hier mal nachgucken. 64 Prozent. Die könnten am nächsten Ingame-Tag fertig werden. Also, das ist gut möglich. Lassen wir ja draußen liegen? Ne, oder? Brauchen wir nicht. Nur drinnen lassen. Gut, Wasser ist angeliefert. Da müssen wir die Traktoren schon fertig machen, denn wir überspringen erstmal die Nacht und gucken mal, was uns erwartet, ne? Wir stellen auch vorher schon mal hier die Zeit auf 1. Dass uns nicht die Zeit sofort wegrennt, ne? Und natürlich vorher immer speichern, ne? Oder? Wie war das? Genau so war das. Wo ist er jetzt umgestellt? Habe ich jetzt irgendwas umgestellt? Ne, hoffentlich nicht. Wirtschaft normal. Ne, ist richtig so. Ich wollte eigentlich hier hin und speichern. Gut. Ähm... Irgendwas vergessen? Wenn, dann weiß ich's nicht. Acht Uhr. Wir haben Erntemonat. Machen wir sieben Uhr. Ja, machen wir. Natürlich eine Stunde weniger Milch produziert, ne? Ach du Schande. Was wird denn uns alles abgezogen? Wir sind ja schon der Pleite. Uh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel Geld noch draufwerfen konnte, ne? Boah. Moment. Wir sind mal hier. Ja, meine Güte. Wir können uns Geld besorgen. Irgendwas ist jetzt nicht das Thema, ne? Ah ja, Tomatensaft, Erdensaft ist richtig gut, ne? Der nächste Monat ist der beste dann. Ja, aber hier, äh, 2556. Wir müssen zum Fritz fahren. Schauen wir mal erstmal, was es für Missionen gibt. Flügen und ernten. Ah, das lohnt nicht für uns hier. Da bleibt nichts übrig. Die Flugmission könnte man aber annehmen. Wir brauchen einen LKW. Wir müssen auch noch selber fahren. Oder fahren wir trotzdem erst Milch? Wir fahren sowieso selber. Können wir auch die Milch erst fahren, oder? Klar, machen wir. Wir fahren erstmal Milch, dass weiter Sahne produziert wird. Denn die Produktionen laufen ja weiter. Achso, unser Wasserfahrer steht natürlich, ne? Dass wir so viel Kosten über Nacht hätten, hätte ich jetzt nicht gedacht. Oder haben. Wir haben die Gewächshäuser gekauft, da waren wir kurz unter 100.000. Oder habe ich da irgendwas übersehen gehabt? Äh, wo ist denn jetzt die Molkerei? Die Molkerei war doch hier unten, oder? Ähm, war die nicht hier unten? Ach ne, das war Kompress. Dann war die Molkerei hier, ne? Genau. Also am Haferfeld vorbei. So, unser Feld wird natürlich, ähm, erntereif sein. Das Wasser hat ja auch gerade so gereicht, ne? Ja gut, wir haben Heizenstunden geschlafen. Aber dass unser Kontostand das nicht ausgehalten hat. Aber die Helferkosten, die wären doch eigentlich immer permanent abgezogen. Wo haben wir denn hier so viel bezahlt? Ja, Kredit 50.000. Ja, Produktions- und Liefergebühren, ne? Boah, da sind wir auch schon bei 48.000. Bei dir, oh Mann. Ich meine, es ist eine Vierfach-Map. Und wir verteilen quer vom Süden aus die Paletten, ne? Vielleicht müssen wir ganz klar und Produkte uns irgendwann Bußware anschalten. Und das, ähm, selber fahren. Weil die Canyon nicht permanent leer, ne? Ja, glaub ich, Autotrive fährt doch weiter. CP bleibt doch bloß stehen, oder? Moment, muss ich jetzt noch mal gucken. Mussten wir dorthin, oder noch eins weiter? Ne, das ist schon richtig. Der Schild nicht umfahren. Ich glaube, das hier war doch der Anliefertrigger, oder? Genau. Molgerei. So, seine Produktion ist heute am Start. Tja, bevor wir hier weitermachen, gucken wir auch mal auf der Karte. Was jetzt alles hoffentlich erntereif ist. Eigentlich mindestens unser Gerstefeld, genau. Es ist auch so mehr oder weniger das Einzige, ne? Und das andere sind die zwei kleinen Missionen, die es als Ernten gibt, ne? 17 ist schon abgeerntet. Was war denn da drauf? Durch die KI. Oder war da nie was drauf? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, doch. War doch was angesehen, oder? So, wir müssen jetzt Geld organisieren, damit der Wasserfahrer auch weiterfahren könnte. Milch reicht für neun Stunden. Es ist soweit erstmal okay. Also brauchen wir in Zukunft 100.000 auf dem Konto, wenn wir eine Nacht überspringen wollen. Stange Geld, ne? Stange Geld. Boah, da brauchen wir ja 600.000, wenn wir uns die Erntemaschine kaufen wollen. Das ist ja Wahnsinn. So, da fahren wir mal zum Fritz. Fritz war doch jetzt... Der war doch hier oben, ne? Das hier, ne? Genau. Ähm, müssen wir eigentlich durch die Stadt und über die Brücke. Müssen wir nachher nochmal gucken aufs Navi. Und dazu gehört ja. Das ist ja auch schon. Das war eine Frage. Das geht's mir. Bis zum nächsten Mal. Ich bin nur klar, aber das kommt dann. Ich bin ganz gnädig. Ich bin ganz gnädig. Ich bin ganz gnädig. Oder? Soll nicht noch ein Blitzer fahren? Ich weiß nicht, ob wir dann hier gleich verhaftet werden, weil wir können es ja nicht mal bezahlen. Da war er. Soll er. Untertitelung des ZDF, 2020 Links abbiegen Links abbiegen Links abbiegen So, was wird man jetzt mitnehmen? Tomaten oder Erdbeeren? Von der Sache her ist es egal. 5, 2, 4, 5, 7, 3, 4. Tomaten nehmen wir mit. Wo ist denn der Tomatensäf? Ja, ist er. Ja, ist er. So, wo müssen wir hin mit dem Tomatensaft? Supermarkt Nord-Ost. Oh, ja, warte, warte. So, ich muss gucken, ich weiß nicht, wo es lang geht. Moment. Moment. Ich würde den Supermarkt Nord-Ost? Ja, hier drüben irgendwo vermuten, ne? Moment. Moment, ich muss Markierung setzen. Tomatensaft. Tomatensaft und Supermarkt Nord-Ost haben wir gesagt. Nord-Ost. Markierung setzen. Also wirklich ganz da draußen. Da können wir gleich hier hinten abbiegen dann. Da vorne sieht man hier die grüne Säule. Da müssen wir hin. Moment. 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 Valentineoise injected. Wir haben noch "' Abrpp", this is here. Das war's. Das war's. Oh, ja, wieder Extremsteigung. No, 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 no. Wir müssen mir Vorfahrt gewähren, oder? Ja, er steht dort, ne? Er fährt nicht mehr. Aber gleich. Ja, das war's. So, wir müssen noch mal gucken. Wir müssen hier rechts abbiegen. Wir müssen hier rechts abbiegen. So, hier rein? Nee. Sah jetzt so aus. Nee, ist da vorne. Okay. Eigentlich wollten wir was anderes machen. Wir wollten eigentlich ernten in dieser Folge, aber so ist das, ne? So ist das, ne? Einmal das Konto retten hier, ne? Da bin ich ja, da bin ich noch nie verkommen. Da bin ich noch nie verkommen. Genau. Genau. So, Kontostand ist gerettet. Wir sind zum Glück wieder im positiven Bereich. Wir sind zum Glück wieder im positiven Bereich. Ja, 168.000 bis 11.000 Bonus, aber eben leider, ja. Das reicht bis zum nächsten Tag, ne? Gut, ähm, was machen wir jetzt mit Ihnen? Wir schicken Ihnen erstmal auf den Parkplatz, ne? Wir müssen jetzt nicht zwingend noch was verkaufen. Wir haben auch erstmal noch andere Sachen zu, ach, Falschrum angefahren. Ähm. Ausmachen und nicht nur auf Parkplatz drücken. Wir müssen kurz mal kurz raus auf die Straße stellen. So, dann sollte er irgendwann ankommen unten. Gut. Äh, ja, mir kennt dann sozusagen hier mit dem Trecher los. Ne? Als erstes. Ach, der Wasserfahrer fährt doch. Ist der jetzt von alleine weitergefahren, weil der Kontostand wieder positiv war? Der stand doch aber am Gewächshaus dort. Die Gewächshauser haben definitiv kein Wasser gehabt. Hier hätten wir hingucken müssen, aber ich hätte gesagt, der stand. Weil der hätte sich ja in der Zeit, jetzt wo wir hier, solange wir pleite sind, hier auch mal was geändert. Gut, ähm, dann können wir eigentlich, ähm, wen schicken wir mit dem Flug los? Ihn hier, oder? Einmal die Flugmission machen. So, Feldnummer... So, Feldnummer... Haben wir da schon mal gepflügt? Glaub ich ja fast nicht, ne? Ich glaub ja fast nicht. 9 Meter... Die 35 haben wir noch nicht gepflügt. Die Abfahrtlinien sind zu nah an Parkplätzen hier. Also die Querverbindung dann. So, wie sieht das jetzt hier mit den Silagepallen aus? 91% die sind noch nicht durch. Also es wird nach Mittag irgendwann, würde ich jetzt so vermuten. So, dann müssen wir mit unseren Thrasher Richtung... Richtung... ähm... ... ... ... ... Das war's für heute. Wir brauchen dann für ihn einen Abfahrer und einen, der noch, ähm, ja, ich dachte schon, wir bleiben hängen. Einen, der dann die Ballen presst. Der eine ist zum Pflügen. Gut, das werden wir uns dann aber alles morgen organisieren, dass wir hier das geregelt haben. Denn, ja, wenn wir ja selber fahren müssen, ist die Folge auch relativ schnell rum. Gut, dann sag ich mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir machen dann morgen hier weiter. Bis dahin. Und Tschüss.